Im ersten Moment sehen sie fast gleich aus, die beiden Schweine. Glücklich ist aber nur das rechte, das linke nicht. Wie auch? Es wird im Stall gehalten, statt auf der Weide. Mit dem Gestank der eigenen Exkremente in der Nase, statt dem Wind in den Borsten. Mit nur wenigen Sonnenstrahlen, die sich durch das kleine Fenster in den Stall verlieren. Graben und Wühlen ist auf dem Betonboden natürlich nicht möglich. Zwar kriegt es anderes Beschäftigungsmaterial, aber naja. Statt Wurzeln, Heu, Schnecken, Äpfeln und Pilzen gibt's optimierten Futterbrei. Jeden Tag. Schlafen ist bei all dem Gestank auch nicht die wahre Freude. Da muss man ja krank werden. Zumal das angezüchtete schnelle Wachstum den Schweinekörper überfordert. Und als wäre das nicht schon genug, hat das arme Schwein kaum Platz. Nein, glücklich wird man so nicht. Lassen wir die Schweine also auf die Weide, wo sie hingehören. Untertitelung des ZDF.